Die Top 5 Baumwollbettbezüge in der Größe 200x200 Ich habe das QZY 3-Teilig Bettwäsche Set in Dunkelgrau-Hellgrau gekauft und bin mehr als zufrieden damit. Die Baumwollqualität ist wirklich hochwertig und fühlt sich auf der Haut unglaublich angenehm an. Der Reißverschluss macht das Beziehen der Bettdecke und der Kissenbezüge sehr einfach und schnell. Auch nach mehreren Waschgängen sieht die Bettwäsche noch wie neu aus. Ich würde es jederzeit wieder kaufen und kann es jedem Bettwäscheliebhaber empfehlen. Ich bin sehr zufrieden mit der Batchow Bettwäsche in der Größe 200x200 Das graue Zweigmuster sieht sehr schön und modern aus und passt gut zu meiner Einrichtung. Die Bettwäsche besteht aus Baumwolle und fühlt sich angenehm weich und warm an. Die Kissenbezüge sind ebenfalls sehr schön gestaltet und machen das Set komplett. Der Reißverschluss lässt sich leicht öffnen und schließen, was das Aufziehen der Bettwäsche sehr einfach macht. Insgesamt bin ich mit der Batchow Bettwäsche sehr zufrieden und kann sie nur weiterempfehlen. Ich habe kürzlich die Soulful Bettwäsche in der Größe 200x200 in der Farbe Salbei Grün gekauft und ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. Das Set besteht aus 100% gewaschener Baumwolle mit einem leinenartigen Griff, was sehr angenehm auf der Haut ist. Ich habe auch die Ökotex-Zertifizierung und die Allergikerfreundlichkeit des Sets geschätzt. Das Set beinhaltet einen Bettbezug und zwei Kissenbezüge in der Größe 80x80, da die Farbe ist schön und die Bettwäsche ist gut verarbeitet. Ich würde dieses Set jedem empfehlen, der nach einer hochwertigen Bettwäsche sucht. Das AYSW Baumwolle Bettwäsche Set ist ein großartiges Produkt. Es hat eine perfekte Größe von 200x200 cm und kommt mit einem Bettbezug und zwei Kopfkissenbezügen von 80x80 cm. Der Reißverschluss an der Bettwäsche ist sehr praktisch und erleichtert das Wechseln der Bettwäsche. Das graue Design sieht toll aus und passt gut zu jeder Einrichtung. Das Material ist von hoher Qualität und sehr weich und bequem im Gebrauch. Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit diesem Bettwäsche Set und kann es jedem nur empfehlen. Ich habe gerade das Pizuna Weiß Bettwäsche Set gekauft und bin absolut begeistert. Die Bettwäsche ist aus hochwertiger Baumwolle gefertigt, die sich unglaublich weich und angenehm auf der Haut anfühlt. Der Bettbezug passt perfekt zu meiner Bettgröße von 200x200 cm und die Kissenbezüge in der Größe 70x90 cm sorgen dafür, dass auch meine Kissen im gleichen Stil gehalten sind. Das Design in Weiß ist schlicht und elegant und passt zu jedem Schlafzimmerinterieur. Ich bin wirklich sehr zufrieden mit meinem Kauf und würde das Pizuna Bettwäsche Set jedem weiterempfehlen. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.